Herzlich Willkommen in der Akademie für Menschen zu beziehen. Heute gibt es wieder ein Spitzengespräch und ich habe auch einen Spitzenreferenten, einen Spitzenmann da, denn Unkar Gemmecker, der vielen, vielen bekannt ist und der bedauerlicherweise verschwunden ist mit seinem Podcast, weil er offensichtlich irgendwelchen Menschen nicht gepasst hat. Also ein Phänomen, was wir mehrfach schon erlebt haben und von daher für uns eigentlich, für unser Anliegen eine Katastrophe ist, weil Wissen und tolles Wissen, was Unkar angesammelt hat, über Jahre hin einfach weggemacht wird. Wir können nur eins machen, vereint sind auch die Einzelnen stark, dass wir diese Community wieder aufbauen, dass wir ihm helfen, wieder entsprechend ans Laufen zu kommen. Unter dem Video wird dann der Link sein zu seiner neuen Existenz, die er jetzt aufbaut und es lohnt sich und wir werden heute ja einiges als Thema haben und das ist also eine Kurzprobe dessen, was in Zukunft von Unkars auch wieder produziert wird. Herzlich Willkommen Unkars! Hallo Jörg, schön, dass ich hier sein darf zum zweiten Mal bei dir in deinem Format und du warst ja auch schon bei mir, wir kennen es ja schon jetzt viele, viele Jahre. Ja, ja. Umso bitterer ist es mir ja gekommen, dass eben es auch dich erwischt hat. Und letztlich sind fahrend scheinige Gründe. Du hast weder Leute umgebracht, noch hast du staatssubversive Dinge da proklamiert. Du hast dich um die Gesundheit gekümmert, wie wir alle ja. Ja, das Kind mal kurz beim Namen nennen, also mein YouTube-Kanal wurde gelöscht. Alles andere gibt es soweit noch. Ich habe mit einem Podcast angefangen, habe in den letzten Jahren halt sehr verstärkt auch YouTube gemacht und YouTube hat mich jetzt gelöscht. Der Rahmen sollte bekannt sein, wir haben heute als Normalverbraucher in der zivilisierten Welt, auf die wir ja alle so stolz sind, was alles funktioniert, inzwischen teilweise alles nicht funktioniert, wenn ich an die Bahn denke, mit der ich unterwegs bin. Aber das was, wir haben in dieser zivilisierten Welt, haben wir leider Gottes immer wieder Einträge in unseren Organismus, Einflüsse von außen, die wir schlecht verarbeiten können. Und das liegt daran, dass diese Wundermaschine Körper diese Einflüsse nicht kennt. Alles, was wir in der Evolution gehabt haben, selbst das intensive Sonnenlicht, das ist ja eine energiereiche Strahlung, damit können wir umgehen. Ja, aber mit den 5G-Strahlen, die haben wir nie in unserem Körper gehabt, damit können wir nicht umgehen. Und das betrifft natürlich auch viele chemische Substanzen. Ob das der Monsanto ist, Mikroplastik oder was auch immer, der Körper kriegt Sachen aufgeheizt, eingefüllt, mit denen er nur sehr schwer umgehen kann. Und da hat man sich überlegt, was können wir denn in dieser Situation tun? Und der Uncas ist da absolut fit in dem Bereich. Ja, genau. Ja, du sprichst das Kind direkt an. Wir haben heutzutage so viele Giftstoffe produziert, also tatsächlich chemisch produziert. Jeden Tag wird das neu gemacht, aber auch ausgebuddelt. Also jede Art von Abbau sozusagen bringt Schwermetalle an die Oberfläche. Die gibt es erstmal, die Erdkruste hat nur, ich glaube, 15 Milligramm Blei pro Kilogramm. Ganz normal. Also wir haben solche Metalle natürlich einfach in der Erdkruste drin und so weiter. Aber wenn wir die aufbuddeln, dann raffinieren wir die sozusagen und die reichern sich einfach an, wie es früher mal bei einem Vulkanausbruch der Fall war. Du hast gerade gesagt, der Körper kommt damit nicht klar. Das so ganz stimmt es nicht, finde ich, weil wir sehen, wir leben ja irgendwie alle noch. Ja, du lebst noch, ich lebe noch. Es ist schon auch noch eine Gnade und ein Wunder des Lebens, dass es trotzdem geht bei der ganzen Giftstoffbelastung. Und es sind so viele Gifte, die auch Synergien bilden, die das im Körper versammeln. Und der Körper muss die auch noch irgendwie auseinanderhalten. Also es ist schon faszinierend. Und trotzdem gebe ich dir natürlich vollends recht, haben wir chronische Krankheiten. Die hat es vor 40, 50 Jahren fast gar nicht gegeben oder in einem 1 zu 1000 Verhältnis. Neurodegenerative Krankheiten. Und das alles wächst und wächst und wächst. Und da ist die Giftbelastung, die toxische Belastung immer ein wichtiges Element dazu. Es spielen natürlich andere Dinge auch eine Rolle. Aber das ist, und ich habe mit fast allen Umweltmedizinern gesprochen, die es so einen deutschsprachigen Raum gibt. Es ist, man findet praktisch keinen chronisch kranken Patienten, der nicht auch zusätzlich noch eine Belastung hat, die das Ganze natürlich dann erschwert, weil mit schwer oder toxischen Metallen zum Beispiel, da sind ja dann auch noch BPAs und viele Dinge, die auch schwer nachweisbar sind und sehr teuer wären, nachzuweisen. Dazu kommen dann meistens Infektionen, die kommen Huckepack, Epstein-Barr, Korkatzien, Chlamydien, alle möglichen Infektionen dieser Art. Dann gibt es noch Parasiten und so weiter. Das ist alles Dinge, die uns anfangen zu besiedeln, weil wir ein geschwächtes System sind. Warum ist das System geschwächt? Weil viele andere Faktoren es auch schwächen. Wer den Hintern nicht bewegt, wer seine Muskulatur nicht betätigt, hat diese Bodenstoffe nicht. Wer nicht in die Sonne geht, hat Vitamin D nicht. Das heißt, es ist eine ganze Riesenpalette von Dingen, die wir früher zum Teil gehabt haben in der Evolution. Und so ist dieser Körper gemacht. Hätten wir andere Einflussfaktoren gehabt, wäre unser Körper anders. Aber wir Menschen haben die Zivilisation geschaffen und ganz, ganz viele Dinge neu geschaffen oder sind weggefallen. Auch die Gemeinschaft. Heute leben wir alle ein, zwei, drei Leute zusammen. Es ist kaum noch eine große Community, in der wir aber mal groß geworden sind, in der unsere Kinder groß geworden sind. Heute gehen die in die Kita und haben da Stress ohne Ende. Das heißt also, viele, viele Lebensbereiche sind betroffen. Und wie du eben schon gesagt hast, das ist für mich Schlüsselelement. Es ist nie eins. Es ist nie eins. Es sind immer drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wenn die zusammenkommen und wir sammeln einfach in unserem Leben immer mehr von Problemen und dann sagt der Körper einfach den Leuten, ich hätte ja mal gekonnt, aber unter den Konditionen kann ich nicht mehr. Und dann werden wir symptomatisch und haben eine Krankheit und an der wird rumgepopelt. Aber es wird nicht geguckt, was unten drunter liegt. So, dann guckt mal drunter. Ja, da bin ich sehr dankbar, dass du es so sagst, weil es genau auch mein Ansatz ist, auf die Entgiftung so zu schauen. Es nützt nichts, einfach sich quasi mit diesem Blick der Wissenschaft darauf zu fokussieren, wo haben wir ein bestimmtes Metall und das müssen wir jetzt rausholen. Weil wir haben natürlich genau das, was du sagst, wenn ich gestresst bin, allein wenn ich nur Stress habe, permanenten Stress, dann kann ich schon nicht mehr vernünftig entgiften. Wenn ich nicht richtig schlafe, können wir im Einzelnen noch darauf eingehen. Schlaf ist eine Entgiftungsmethode. Insbesondere fürs Gehirn zum Beispiel. Bewegung ist eine Entgiftungsmethode. Das lymphatische System ist einer der großen Parteien sozusagen im Entgiftungssystem und das geht über Muskelbewegung, wird das in Gang gesetzt. Und deswegen ist das, ist Bewegung und zwar nicht, also wirklich Bewegung. Früher hat man sich halt den ganzen Tag bewegt, oder? Und nicht nur eine halbe Stunde joggen gehen, ist Bewegung auch nicht optional, sondern wirklich ein Pflichtprogramm. Es gehört zum Leben dazu und wenn ich das nicht mache, dann werde ich sozusagen verschlacken, auch ein umstrittener Begriff. Aber ich habe die Möglichkeit nicht, die Stoffwechselendprodukte und Giftprodukte, die über das lymphatische System ausgeschieden werden sollen, in der Form auszuscheiden. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Das heißt, wir müssen uns alle Bereiche des Lebens anschauen. Zwei, drei, die wir gerade angesprochen haben. Und es sind natürlich noch mehr. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu einer Einordnung. Kann der Körper das denn nicht selber? Und was der Körper dafür brauchen würde, um wirklich zu entgiften? Aber es wird oft gesagt, ja, aber der Körper hat ja Entgiftungsorgane. Wir haben doch eine Leber, eine Lunge, eine Niere, eine Haut, den Darm. All diese Organe haben Entgiftungsfunktionen. Woran man ja schon sehen kann, wie wichtig das ist für den Körper, dass er diese entsprechenden Giftstoffe ausscheiden kann. Aber bei diesen Organen ging es dann natürlich, als das mal designt wurde, nicht um die ganzen toxischen Substanzen, die wir heutzutage haben, die halt neu sind, die fremd sind oder in dieser Form. Also Quecksilber in den Mund hat es früher nicht gegeben. Ja, also man kam fast nicht mit Quecksilber in Kontakt. Der Körper kann ein bisschen was damit machen, aber es geht vor allen Dingen um die Stoffwechselendprodukte, die der Körper produziert. Also beim ganz normalen Leben, man hat ja auch freie Radikale und so weiter. Das sind alles Systeme, wo dann eigene Antioxidantien, also Glutation zum Beispiel, gebildet wird, um einfach dem einfachen Prozess des Stoffwechsels sozusagen gerecht zu werden. Und es gibt natürlich auch in Pflanzen sehr viele giftige Stoffe, die wir zu uns nehmen, wenn wir Pflanzen essen. Die sind da einfach drin. Das ist das Verteidigungssystem der Pflanzen. Auch die müssen über die Überleber und so weiter entgiftet werden. Das heißt, der Körper ist auf eine gesunde Umwelt eingestellt und hat genug mit sich selber zu tun. Und jetzt schmeißen wir da 300.000 Giftstoffe oben rein. Das funktioniert halt auch, wie eben schon gesagt, eine Weile noch ganz gut, aber wir sehen halt dann irgendwann bricht das System zusammen. Vor allen Dingen, du hast es schon gesagt, weil halt so viele andere Faktoren noch reinkommen. Und was braucht der Körper jetzt, um erstmal selber zu entgiften? Da ist schon das erste große Problem. Wir sind unterschiedlich gute Entgifter. Da gibt es leider so eine Genetik. Die ist halt leider unterschiedlich. Ich beispielsweise habe mich diesem Thema angenommen, weil ich ein sehr schlechter Entgifter bin und dadurch unter anderem als ein großer Faktor irgendwann mal vor vielen Jahren in die chronische Müdigkeit gefallen bin. Für viele Jahre. So bin ich zum Gesundheitspodcaster und YouTuber geworden und habe dann mich mit dem Thema halt intensiv beschäftigt, habe Kongresse dazu gemacht, habe Protokolle entwickelt, sogar Supplemente entwickelt. Wie kann ich dem ganzen Herr werden? Und das ist für mich auch eine Lebensaufgabe persönlich. Wenn ich es zu lange mich drin nicht drum kümmere, dann geht es gesundheitlich wieder für mich bergab. Also ich muss da immer dranbleiben. Das betrifft viele Menschen. Was brauchen wir zum Entgiften? Also die Genetik ist erstmal entscheidend. Es gibt durchaus Leute, die können sich vieles erlauben. Solche Leute kennt man. Die sind sowieso dicke Baumstämme. Die hauten nichts um. Die haben immer Energie. Die sind immer da. Die können wahrscheinlich, das kann man halt nachprüfen, sehr, sehr gut entgiften. Und andere halt eben nicht. Nichtsdestotrotz ist es nur eine Frage der Zeit, bis man anfängt, unter diesen Giftstoffen zu leiden. Und was wir zum Beispiel brauchen für die Entgiftung, für die Entgiftung, die wir persönlich haben, sind Nährstoffe. Wenn wir Nährstoffe, also Mikronährstoffe und auch Makronährstoffe nicht haben, im ausreichenden Maß, du kennst dich ja so mehr als irgendjemand sonst mit Vitamin D zum Beispiel aus, was im Grunde genommen ein Hormon ist. Aber das gehört alles für mich so zum Bereich Nährstoffe. Dinge, die wir aufnehmen von außen oder der Körper auch selber bildet, aus anderen Nährstoffen. Wir brauchen bestimmte Nährstoffe, um unsere eigene Entgiftung wirklich in Gang zu setzen. Wir haben da zwei oder drei Phasen, je nachdem, wie man das sich anschaut. Das erste ist zum Beispiel die Aktivierung. Das heißt, Giftstoffe werden genommen vom Körper und werden aktiviert. Man könnte sagen, Paketaufgabe. Es wird erst mal das Ganze, ich gebe das Paket auf. Die zweite Phase ist die Verpackung. Jetzt wird das so in eine Form gebracht, dass man es auch wieder ausscheiden kann. Es wird dann ungiftig gemacht. Und in der dritten Phase, das wäre jetzt so die Zustellung sozusagen, geht das Ganze dann raus. In der ersten Phase brauche ich schon ganz viele Mikronährstoffe wie B-Vitamine, wie Zink, Selen als Kofaktoren, damit diese Entgiftung überhaupt stattfinden kann. Da habe ich schon oft das erste Problem, weil wenn man mit Menschen spricht, die wirklich oft Labor machen mit funktionellen Therapeuten und so weiter, die wissen, dass die Menschen heutzutage Nährstoffmängel haben. Das liegt natürlich an der Ernährung und auch am sonstigen Lebensstil. Weil wenn ich sehr gestresst bin, wenn ich, also Stress meine ich psychischen Stress, aber auch physischen Stress durch Schwermetalle, durch 5G und so weiter, dann verbrauche ich wieder mehr Nährstoffe. Also ich nehme schon weniger auf durch die ganze Landwirtschaft, Glyphosat und so weiter. Ich nehme immer weniger auf und brauche immer mehr. Also da haben wir schon eine Situation, wo es schon an der Nährstoffschraube man schon viel tun kann. Das ist schon die gute Nachricht. Ich mache gerne Vergleiche aus der Technik. Der Mensch ist nicht mit technischen Dingen zu vergleichen, aber manche Mechanismen sind ähnlich. Und wenn man es mit dem Auto vergleicht, das Auto braucht Benzin und zwar regelmäßig. Ist kein Benzin in der Karre drin, fährt die nicht. Kein Zentimeter. Kritischer ist schon das mit dem Öl. Das Öl ist da und normalerweise sagt man alle 10.000 Kilometer oder so. Aber es kann sein, dass der Motor ein bisschen mehr Öl verbraucht. Dann muss ich ihm das nachfüllen. Fülle ich es nicht nach, kriege den Kolbenfresser. Also das ist wirklich ganz primitiv. Und so ähnlich, viel komplexer läuft es im Körper auch ab. Ich muss Substanzen nachfüttern, damit der Körper dieses Verbrauchsmaterial hat. Sonst geht es nicht. Ja, ganz genau. Und daran sieht man schon, das ist komplex, aber die erste Stufe sozusagen, um meine eigene Entgiftungsleistung, die ich genetisch überhaupt auf die Straße bringen kann oder die ich habe, auf die Straße zu bringen, ist halt eben ein volles Angebot an Nährstoffen. Und das kann man natürlich erstmal überprüfen lassen, kann man messen lassen. Aber vor allen Dingen sollte man, und da sind alle Ärzte und Professoren, die ich bisher interviewt habe, ich habe noch nicht einen gefunden, der gesagt hat, nein, Nährstoffe brauchen wir nicht. Das ist genug aus der Nahrung. Und die DGE-Werte sind optimal. Diese Aussage habe ich original in sechs, sieben Jahren noch nie gehört. Sondern alle sind sich einig und vor allen Dingen die Leute, die nachprüfen, dass wir da eklatante Mängel haben. Und da gibt es ganz einfachen Sachen. Magnesium, Zink, Selen, Jod, die B-Vitamine und so weiter. Proteinmangel ohne Ende. Und das sind alles Dinge, die wir brauchen, um eben diese Entgiftungsphasen, Phase 1, werden die Giftstoffe aktiviert. Das heißt, die werden sogar umgewandt und noch giftiger gemacht. Da habe ich das Problem, das funktioniert bei mir ganz gut. Und dann kommt die Phase 2, die nimmt jetzt diese noch giftiger gemachten Stoffe und wird die jetzt dann halt, wie ich gesagt habe, eben verpacken und dann wieder ungiftig machen, sodass sie ausgeschieden werden können. Und die ist bei mir zum Beispiel und bei vielen anderen Menschen halt sehr, sehr schwach. Und die muss man unterstützen. Wenn man die nicht unterstützt, dann hat man ein Problem, dass für jeden Giftstoff, den man aufnimmt, der im Körper giftiger wird. Und das ist der große Unterschied zwischen den Leuten, die alles abkönnen und den Leuten, die nichts abkönnen und die alles umwirft. Deswegen kann man mit verschiedenen Dingen, zum Beispiel man kann MSM nehmen, schwefelhaltige Stoffe, von mir ist auch Knoblauch, Koriander, solche Geschichten. Kann man auch in der Nahrung natürlich einiges machen, um diese Phase 2 der Leberentgiftung zu stützen. Und dann sind wir schon bei der Ausscheidung und auch da, dann sind wir bei dem ganzen Thema Darmgesundheit, was ja auch noch mal ein Riesending ist. Was sind denn deine Erfahrungen mit Darmgesundheit? Was gibt es da? Wie steht es da heute um die Menschen? Ich kann nur sagen, Thema Darmgesundheit. Wir haben ja in den letzten Jahren, als diese große Ereignisse über uns hereinbrach, das Phänomen gehabt, dass die Leute das Klopapier gehorchtet haben. Da hat natürlich jeder gesagt, wie kann das sein, sowas Bescheuertes? Wer kauft denn Klopapier? Nur, das war der Ausdruck dessen, oder all derer Leute, und das ist wahrscheinlich die halbe Menschheit hier, die überlebt, dass die Klopapier en masse brauchen. Wer ein normales Mikrobiom hat, was funktioniert, der legt einmal am Tag ein Ei, maximal zweimal am Tag, das ist sauber verpackt wie ein Pariser, lutscht da raus und ist fertig. Wer aber ein gestörtes Mikrobiom hat, einen gestörten Darm hat, der schmiert sich das, was da rausgeht, an den Hintern. Der braucht eine halbe Rolle, um wieder sauber zu werden. Und die Leute haben gesagt, Mensch, ich brauche Klopapier, wenn das alle ist, dann kann ich nicht. So, das war der Grund. Und daran kann man sehen, wie weit verbreitet dieses Phänomen ist. Wir haben über die unterschiedlichsten Anlässe, sind wir wieder beim gleichen Thema, unser tolles Mikrobiom, diese Welt der Mikroben in uns, die wir brauchen, haben wir kaputt gemacht in vielen Fällen. Und dann funktioniert natürlich so gut wie gar nichts mehr. Ja, genau. Das ist die Maßeinheit, wo man am besten die eigene Darmgesundheit einschätzen kann. Da braucht man keine Mikrobiom-Tests machen. Das kann man am Stuhl tatsächlich erstmal sehen. Also das ist wirklich da Geruchfarbe, Konsistenz, wie oft am Tag und so weiter. Also man geht mehr oder weniger so oft am Tag auf Toilette, wie man isst. Das könnte man so sagen. Sollte meistens morgens passieren, natürlicherweise, weil man sich der ganzen Geschichte erstmal schon mal entledigt. Und die Konsistenz, also wenn man wirklich eine gute Darmgesundheit hat, dann braucht man praktisch überhaupt kein Klopapier. Abgesehen, man könnte natürlich auch Wasser benutzen, wie die Inder das machen. Also das würde auch gehen. Da muss man also nichts horten. Aber ja, das ist ein wichtiges Thema. Und hier werden natürlich über Leaky Gut und überhaupt Entzündungen im Darmbereich Giftstoffe auch wieder zurück absorbiert. Hier kommen wieder alle möglichen Dinge in den Blutkreislauf. Wir haben dann chronische Entzündungen, einfach dadurch, weil der Darm porös ist und einfach unverarbeitete Proteine sozusagen jetzt den Weg in den Blutkreislauf finden. Die werden dort vom Immunsystem attackiert. Das Immunsystem heißt sozusagen chronische Entzündung und das kostet richtig viel Energie. Also das sind alles Stellschrauben, sage ich jetzt mal, die wichtig sind. Ich kann mich nicht über Entgiftung unterhalten und den Darm rauslassen. Genauso wie halt eben Schlaf, Stress, Bewegung und Belastung über elektromagnetische Felder und so weiter. Das sind Darmgesundheit. Das sind alles Ernährung. Das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge, die wirklich Hand in Hand genau greifen. Also besser von allem ein bisschen machen, meiner Meinung. Das ist meine Idee, mein Blick darauf. Das sehen vielleicht andere Leute anders, als sich nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Lukas, das möchte ich nochmal unterstreichen. Und auch dafür gibt es ja eine wissenschaftliche Grundlage. Und zwar vor 25 Jahren haben die Kardiologen, da waren die noch auf der Genetik-Ebene, haben die gesagt, wir wollen doch mal sehen, warum die Japaner einen Herzinfarkt kriegen und die Brasilianer und die Amerikaner. Dann haben die, glaube ich, 10.000 Leute mit dem Herzinfarkt sauber analysiert und was sie rausfanden war, null Genetik. Null. Aber sie haben dann neun Lebensstilfaktoren gefunden, die alle den Herzinfarkt fördern. Da war Rauch und Übergewicht, Stress und all die typischen Sachen drin. Dann haben sie geguckt, bei dieser großen Zahl kann man das berechnen, wie gefährlich der einzelne Faktor ist. Dann kam raus, 2,5-fach etwa. Rauchen war noch blöd, aber 3,5-fach. Aber so im Schnitt. Dann haben sie gesagt, was passiert denn, wenn einer mehrere Lebensstilfaktoren da nicht hat oder falsche hat? Dann kam raus, 4 mal 2,5 macht 10. War schon das 40-fache Risiko. Und wer alle neun Faktoren hatte, hatte die 330-fache Wahrscheinlichkeit, einen Infarkt zu bekommen. Und daran sieht man, wie wichtig das Miteinander ist. Das Einzelne ist auch schon bedeutend. Aber wenn ich mehrere Faktoren zusammentue, habe ich eine wesentlich höhere Effizienz bzw. das Risiko steigt. Das ist die schlechte Botschaft. Die gute Botschaft ist die, wenn ich auch nur einen mache, geht es schon besser. Wenn ich zwei mache, geht es noch besser. Wenn ich drei mache, noch besser. Das heißt also, wir haben wirklich verstanden, an möglichst vielen Schrauben zu drehen. Ja, genau. Und die erste Schraube, an der man drehen sollte, wir wollen es ja nicht allzu lang machen, aber ich will mal so ein paar praktische Aspekte jetzt mal reinzubringen auf den Punkt, ist die Vermeidung. Das ist der erste Schritt in der Entgiftung, ist, dass die Gifte reinkommen. Da kann ich die besten Protokolle machen, alles richtig machen. Wenn ich natürlich auf der anderen Seite immer nur Giftstoffe reinbekomme, dann ist es Quatsch. Ganz kurz mal Mini-Rundgang, sozusagen Blitz-Rundgang durch die Welt der toxischen Quellen. Wasser. Ja, will ich gar nicht diskutieren, aber das Wasser in Deutschland ist natürlich nicht das bestkontrollierteste Lebensmittel, sondern es wird auf eine Handvoll Substanzen kontrolliert. Und auch da werden die Grenzwerte angepasst, wenn es gerade halt nicht mehr passt oder es wird irgendwie mit dem Nachbardorf zusammengemischt. Das ist Quatsch. Altlasten ohne Ende nach dem Krieg. Alles wurde verbuddelt in den 70er, 60er Jahren. Das Wasser in Deutschland ist nicht so gut wie ein gutes Quellwasser oder ein gereinigtes Wasser. Also wenn man braucht, heutzutage, wenn man in der Stadt wohnt, braucht man einen tip-top Wasserfilter. Punkt. Ja, also ich wohne an der Küste, da ist das Wasser auch total verklort und so weiter. Wenn ich meinen Wasserfilter nicht hätte, da müsste ich 60 Kilometer fahren, bis ich die erste Quelle finde. Früher habe ich immer Quellwasser getrunken, dann habe ich mehr in Bergen getrunken. Aber auch bei den Quellen ist es so, wenn rundherum alles draufgeputzt wird, wenn der Regen entsprechende Sachen enthält. Auch ich habe hier bei uns im Taunus, wir hatten viele Quellen, wo wir immer hingegangen sind. Dann haben sie die zugemacht. Dann war ich erst sauer, habe die angerufen und gesagt, wir haben gemessen und die Quellen sind mit Toxin, Aluminium oder sonst was versehen. Die darf man nicht mehr der Bevölkerung geben. Und das Leitungswasser ist ja genau dasselbe. Wir wissen nicht, was im Leitungsnetz passiert. Und vor allen Dingen hast du ja gesagt, es ist viel, es wird gar nicht gemessen. Wenn man anfängt zu messen, fallen einem die letzten Haare aus. Von daher bin ich bei dir. Es gibt keine Alternative zu einer Filterung vom Trinkwasser und Kochwasser. Absolut. Ja, genau. Deswegen, also das ist eine der besten Investitionen, die man machen kann. Kostet so ein guter, gibt es natürlich alle Preise, so, aber was ich so, also was ich bei mir zu Hause habe, das ist so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. So eine Anlage, Umkehrosmose mit Aufbereitung und Verwirbelung und weiß nicht was. Da kriegt man ein sehr gut schmeckendes Wasser am Ende raus und das, dann muss man die Filter halt wechseln einmal im Jahr. Das sind unter 100 Euro. Also das, da kostet der Liter Wasser wirklich wenig, weil es ist ja auch wichtig, wenn man irgendwie nicht mit so einem kleinen Filter oder irgendwie sowas macht. Man muss ja auch das Wasser zum Kochen nehmen und so weiter. Absolut. Also Wasserflaschen ist keine Option in dem Sinne, weil ansonsten, man würde jetzt nicht irgendwie ein teures Heilwasser nehmen und damit dann irgendwie seine Nudeln kochen. Ja, vor allen Dingen, schlepp das doch mal her. Was brauchst du am Tag alles? Du schleppst dich ja tot, wenn du es kaufen willst. Und dann kommt die Limitation. Ja, dann nehme ich es vielleicht doch nicht lieber dafür oder dafür. Es ist eine Investition in die Gesundheit und es lohnt sich. Punkt. Ja. Das ist auch nicht nachhaltig, weil es muss ja dann transportiert werden und so weiter. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So, also Wasser, weil wir trinken hoffentlich viel Wasser täglich und da kommt einfach viel in uns rein. Nächste große Portion ist natürlich das, was wir essen, weil wir, Hormone sind im Mikrogramm-Bereich aktiv, ja, und wir essen aber im Kilogramm-Bereich essen wir Sachen. Und wenn da kleine Substanzen drin sind, die sind da drin, dann spielen die natürlich eine große Rolle. Und das ist jeden Tag und das ist wirklich in großen Mengen. Deswegen sage ich immer, biodynamisch oder besser, ja. Alles, was aus dem Tierreich kommt, Weidehaltung und so. Also alles, was verpackt ist, eigentlich meiden, sondern halt auf wirklich die Dinge frisch kaufen vom Bio-Bauern und auf dem Markt und so weiter. Ja. Es gibt Gemüsekisten, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage an noch relativ gut. Natürlich sind diese Dinge auch belastet, ja. Auch das beste Bio-Demeter-Gemüse hat auch eine Belastung. Warum brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten? Da ist auch Glyphosat drauf. Einfach vom Regen. Aber natürlich in einem anderen, ganz anderen Verhältnis. Also das ist das Beste, was wir machen können. Das ist schon mal eine Quelle. Dann das Nächste ist so dieser ganze Bereich von Reinigungsmittel, Kosmetik und so. Also alles, was man sich, wo die Haut mit in Kontakt kommt. Und Cremes, Shampoo, Duschgel, Spülmittel, Waschmittel und dann die ganze Kosmetikindustrie sozusagen für Frauen. All das landet in der letzten Zelle. Das muss man erst mal verstehen und das muss man sich bewusst sein, dass alles, was ich auf meine Haut schmiere, irgendwann in der Zelle landet. Und dann nehme man sich mal zum Beispiel eine Sonnencreme, geht mal jetzt zum Schrank, halte mal das Video an, geht mal zum Schrank, nimmt mal eine Sonnencreme raus, falls ihr eine habt und lest mal, was da drauf steht. Ja. Wenn ihr es überhaupt schafft, das auszusprechen, spürt mal rein, ob das natürlich ein Ursprung sein kann und ob das da drin ist, damit es der Zelle gut geht, damit es dem Menschen gut geht, damit er lacht, liebt und lebt. Ich glaube nicht. Also ich habe da noch eine gute Empfehlung, die ich auch immer sage, schmier dir nichts auf die Haut, was du nicht bereit bist, mit dem Löffel zu essen. Ja. Ja. Und es ist wirklich so. Mein erster akademischer Lehrer, wo ich war, der war Hautarzt und er hat es damit habilitiert. Der hat eine Hautcreme genommen, hat da einen Tracer reingerührt, hier drauf geschmiert, nach zwei Stunden da gemessen, was angekommen ist. Alles angekommen. Aber es ist ja noch viel schlimmer. Wir wissen, die Sonne ist eine energiereiche Strahlung. Und die zerschießt die Chemie, die du drauf schmierst, zerschießt die nochmal. Das heißt, da entstehen Produkte, von denen keiner eine Ahnung hat. Die werden aber alle resorbiert. Deswegen, die Chemie gehört nicht auf unsere Haut. Die kann man woanders hinlassen, aber nicht auf unsere Haut. Ja. Ja. Und dazu wird dann noch bei der Sonnenkriebe, das ist ja eigentlich eine Steilvorlage für dich, natürlich dann die Umwandlung von Vitamin D unterbunden. Ja. Dazu. Und dann kriegen wir nur die UVA-Wellen und so weiter. Und wir schützen uns davor in keinster Weise vor Krebs, weil das ist ja die Angst der Leute. Das wird ja über Angst verkauft. Ja. Ja. Die Sonne ist böse. Da muss man sich auf jeden Fall vor schützen. Und deswegen nimmt man einfach diese Sonnenkriebe, um einem Geschütz zu unterlegen. Die Leute, die sich wohnen ja hier im touristischen Gebiet, die Leute legen sich dann den ganzen Tag in die Sonne. Ja. Völlig unnatürlich. Wird kein Mensch machen, weil sie sind ja dann geschützt. Ja. Und sehen dann nach Jahren dann irgendwann auch entsprechend so aus. Ja. Also. Nur Sinn. Aber die andere Argumentation ist die, wenn die Sonne wirklich so tödlich wäre, wie ja immer erzählt wird, dann hätte die uns doch vor Millionen von Jahren schon umgebracht. Ja. Warum ist sie das jetzt tödlich geworden? Ja. Einenfalls das Argument, was du sagst, wir sind komplett entwöhnt. Ja. Wenn ich nie in die Sonne gehe und dann bleich und blass irgendwo an den Strand fahre und mich dann da reinhänge, das kann ich gut kennen. Ja. Wenn ich regelmäßig exponiere und ich breche da auch eine Lanze für die Sonnenstudios. Das ist UV-A und UV-B-Strahlung da drin. Und man misst heute, wie viel der Einzelne vertragen kann. Und dann kriegt er genau die Dosis, die er braucht. Und dann entwickelt die Haut nicht nur ein Pigment, die entwickelt auch eine Lichtschwiele. Das heißt, die Haut wird dicker und kann dann mehr Sonne vertragen. Aber noch einmal, wenn ich blank und blass da hinkomme und mich dann da reinknalle, ist das Desaster vorprogrammiert. Ja. Ja. Und wenn ich super, super hellhäutig bin, dann fahre ich einfach nicht nach Südspanien in Urlaub. Also, oder gut, dann habe ich ja einen Hut und dann lange, so wie die Chinesen das machen. So, ne? Kleiner. Ja, entspricht nicht. Bei denen ist noch eine andere Nummer. Aber dann schütze ich mich halt einfach davor. Also, im Sommer schütze ich mich auch vor der Sonne. Da habe ich auch einen Hut auf und so weiter. Und ich habe eine weiße Haut, aber ich wohne seit 20 Jahren in Südost-Südeuropa. Nicht Ost-, Südwest-Europa. Aber trotzdem, meine Haut kann nur eine bestimmte Menge an Sonne aufnehmen. So, sagen wir mal zwei Stunden, danach ist Schluss. Das ist ja schon relativ viel. Aber ich bin trotzdem limitiert. Ich mache gerne Kitesurfen und so weiter. Da muss ich immer aufpassen. Sonst verbrenne ich mich. Also, das muss man da natürlich für sich selber abschätzen. Aber die Sonne, ach, wir haben bei dem Thema sind. Einfach, um diese Angst mal zu nehmen. Wir sind über Millionen von Jahren, haben wir uns an das Sonnenlicht adaptiert. Das faszinierendste Beispiel dafür finde ich die Fraunhofer-Linien. Der Herr Fraunhofer hat festgestellt, dass das Spektrum der Sonne, was ein riesengroßes Spektrum ist an Frequenzen, dass es dort Aussparungen gibt. Dass es bestimmte Frequenzbereiche gibt, so kleine Frequenzbereiche, wo es keine, wo die Sonne keine Strahlung emittiert. Und diese Frequenzbereiche sind identisch mit den Elementen auf der Erde und aus denen unser Körper zusammengesetzt ist. Da kann ja keiner von einem Zufall reden. Das heißt, die Wellenlänge von einem Magnesium ist im Sonnenlicht nicht enthalten. Die wird ausgespart. Wir sind so hochgradig verwoben mit dem Kosmos, mit diesem Objekt Sonne sozusagen, mit diesem Licht. Wir brauchen das, um gesund zu sein. Also das ist doch gar keine Frage. Hattest du nochmal, es ist das gesamte Spektrum, was wir brauchen. UVA und UVB wissen wir ja schon. Aber dann haben wir das helle Tageslicht, was uns den Tag-Nacht-Rhythmus gibt. Hast du eben ja schon mal darauf angesprochen, schlafen. Aber jetzt ist noch rausgekommen, auch die Wärmestrahlung am anderen, die Infrarotstrahlung ist entscheidend für den Körper, weil das Infrarotlicht macht in den Mitochondrien, geht also in die Haut rein, macht in den Mitochondrien Melatonin als Antioxidant. Weil in den Mitochondrien passiert ja die ganze Oxidation. Da wird ja Energie gemacht. Und wo Energie gemacht wird, da wird entsprechend auch Radikale entstehen. Und die werden gebunden durch die Wärmestrahlung. Das ist der Hintergrund, warum sich die Indianer in die Schwitzhütten gesetzt haben. Nicht nur um zu schwitzen, sondern um Wärmestrahlung zu bekommen in Nordamerika. Das heißt, der Körper ist auf diese Wärmestrahlung angewiesen. Und wenn wir jetzt als letzten Knüller neue Fensterscheiben machen, wo aus Energiegründen Infrarot auch noch abgefangen wird, damit man es nicht wieder nach draußen muss. Und alle diese heilenden aus der Natur Effekte, die fallen weg. Und dann kann der Körper eben, da kommt er mehr voran. Dann werden wir automatisch aus Mangel krank. Nicht vergiftet, sondern hier aus Mangel. Machen wir weiter mit den Giften. Also wir waren noch beim Vermeiden. Ich würde sagen, das lassen wir mal dabei. Natürlich Tankstelle, Lacke, Benzin, keine Ahnung. Es gibt natürlich noch viele andere Quellen. Leute haben beruflich damit schwer zu tun. Teilweise Laserdrucker, Ausdünstungen und so weiter. Also da gibt es einfach natürlich riesig viel, ob ich Bademeister bin und jetzt den Klo einatme. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, mit Giftstoffen in Berührung zu kommen. Aber im Alltag haben wir viele Möglichkeiten. Und da habe ich jetzt drei wichtige Dinge genannt. Möbel noch, noch ganz zum Schluss. Teppiche, alles, wo ich drin schlafe, im Bett. Die ganzen chemischen Materialien von Viskolastika, Matratzen und dann vielleicht noch ein Federkernbett unten drunter und so weiter, was Strahlung anzieht und akkumuliert. Dann Möbel. Ich sage jetzt mal, schwedische Möbelkette und so weiter. Da sind in diesem Pressspan oder wie das heißt, weiß gar nicht, ob das so heißt, da ist Formaldehyd drin. Alle möglichen Stoffe, die ausgasen. Die ganze Zeit. Merkt man nicht so richtig. Neue Autos. Was da alles ausgasen. Ich habe mir selber gerade ein Auto gekauft. Meiner Freundin wird da immer schlecht. Ich kriege es nicht so richtig mit. So, das müsste man im Grunde genommen erst mal drei Jahre lang Fenster auf und in die Sonne stellen. Ich hätte nie Maler werden können. Ja, wenn ich diesen Duft von diesem, was da drin ist, die Substanzen in die Nase kriege, wäre mir schlecht. Gott sei Dank. Deswegen weggelassen. Aber vieles, wie du sagst, merken wir nicht, spüren wir nicht und haben trotzdem den Eintrag. Also viele, viele, viele Schrauben. Ja. Okay. Genau. Dann kommen die ganzen Lifestyle. Ich versuche mir dieses Englisch abzugewöhnen. Diese ganzen Lebensweisen. Oh mein Gott. Ja, alle Weisen, die man lebt. Ja, also Schlaf, Stress, Bewegung, Ernährung. Das haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Mal so einen Satz zu jedem Ding. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Wenn ich schlafe, entgiftet mein Gehirn. Ja, das hat man erst vor wenigen Jahren entdeckt. Das sogenannte glymphatische System. Also da gibt es Bewegung im Liquor und so weiter. Das heißt, das wird, einfach gesagt, einfach mal durchgespült. Und das passiert an den bestimmten Schlafphasen. Und die Deutschen schlafen schlecht. Dazu gibt es Studien. Das ist auch ein Riesenthema. Ich habe selber ein Buch darüber geschrieben. Ich war ein großer Freund von Professor Dr. Karl Hecht, der letztes Jahr leider gestorben ist, aber längst mit 98, der sich dem Thema Schlaf wirklich sehr, sehr intensiv gewidmet hat. Und Schlaf ist eine Entgiftungsmethode. Und wir brauchen einen guten Schlaf von der Qualität und auch von der Länge her, damit wir gut schlafen können. Und auch da ist Entgiftung schon wieder im doppelten Sinne mit drin. Weil wenn mein Schlafzimmer, wie ich eben schon angedeutet hatte, mit vielen Giftstoffen belastet ist, da ist dann vielleicht noch das Handy und vielleicht der Wi-Fi-Router ist die ganze Nacht an. Und ich schlafe in und auf Materialien, die in kleinsten Bereichen, ist klar, Ausdünstungen machen, die mein Immunsystem anregen, im negativen Sinne anregen und mich belasten. Dann kostet mich das Kraft, es kostet mich Schlafqualität. Und dann wundere ich mich, warum ich jeden Morgen aufwache und bin eigentlich total erschlagen. Und mein Gehirn peu à peu Giftstoffe akkumuliert. Und wir eine große Welle von Demenz und so weiter haben. Also etwas, was immer schlimmer wird, auch das ist multifaktoriell. Aber das spielt da mit rein. Also Schlaf, ich sage immer, das ist so die Basis der Pyramide. Also wenn man sich irgendwie mit Gesundheit beschäftigen möchte, muss man nicht mit irgendwelchen, mit Magnesium oder mit irgendwas anfangen, sondern bitte mit Schlaf anfangen. Das ist der wichtigste Stellhebel, weil das machen wir jede Nacht. Und wenn ich das optimiere, dann habe ich schon mal einen Riesenerfolg sozusagen. Und da kann man viel zu machen. Wie gesagt, ich habe da Podcasts dazu, ich habe da Bücher, ein Buch zugeschrieben. Kann man sich sonst wo informieren, wie kann ich meinen Schlaf optimieren? Stress ist natürlich ein Riesenthema, auch zu groß jetzt noch, um das so auszurollen. Aber wenn ich gestresst bin, bin ich im sogenannten Sympathikus. Und der Körper kann nur dann regenerieren, wenn ich in die Entspannung komme. Wow. Das ist also eine derartig große Stellschraube. Wer ist denn heutzutage noch entspannt? Wer kennt denn noch Tiefenentspannung? Ich kenne das von mir selber, dass wenn ich bei bestimmten, ja, vielleicht so Meditationsmethoden oder vielleicht eine Massage oder irgendwo, wenn ich mal so richtig in die Tiefenentspannung komme, dann ist das so, jetzt kann ich einen Kalender anstreichen. Wow. Das ist so selten, dass man solche Zustände erreicht. Und das müsste man im Grunde genommen täglich. Und unsere Gesellschaft, so wie wir heutzutage leben, und da kann ich mich selber an die eigene Nase fassen, ist sehr auf Stress gebügelt sozusagen. Wir wollen alle Sachen machen, wir wollen jedem gerecht werden. Die Frau muss Mutter sein, muss aber auch Karriere machen und so weiter. Es ist so viel, dann haben wir die ganzen Verwirrungen im Außen, ja, von Kriegen und Pandemien und weiß ich nicht was. So viel Stress im System, wie soll man denn da noch in den Parasympathik, also in die Regeneration kommen? Weil der Körper braucht Ruhe, um dann zu sagen, ah, jetzt habe ich mal keine großen Anforderungen, also ich muss jetzt von dem Tiger, dem viel bemühte Tiger nicht weglaufen, sondern ich habe jetzt Zeit, mal ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen zu reparieren. Und das findet halt quasi gar nicht mehr statt. Und wenn das in der Nacht noch nicht mal mehr stattfindet, dann haben wir wirklich ein Problem. Also es ist wirklich, man kann es zurückführen, es ist ein Energieverteilungssystem. Und ich habe nur begrenzte Energie in diesem System. Und wenn ich die eben mit Stress oder sonst was beschäftige, dann bleibt die Energie nicht für die Regeneration übrig. Es ist relativ einfach. Ein gutes Beispiel ist ein akuter Infekt. Wir werden müde und träge, wenn wir einen Infekt bekommen. Warum? Der Körper konzentriert die Energie ins Immunsystem und sagt, da brauche ich die. Und wenn wir dann aber natürlich weitermachen und diesen Hinweis vom Körper, dass er Ruhe braucht, überspielen, dann hat das Immunsystem nicht die Ressourcen, sondern wir machen es zu etwas anderem. Dann haben wir eben 14 Tage mit dem Infekt rum. Im anderen Fall, da geben wir Ruhe, ist nach drei Tagen der Käse gegessen. Genau, daran sieht man, wie stark dieser Effekt ist von einer Infektion. Also wenn wir so einen Effekt haben, wo man wirklich dann im Bett liegt, nichts mehr machen kann, das passiert dir im Hintergrund dann die ganze Zeit. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn wir toxische Metalle zum Beispiel haben, dann haben wir meistens Infektionen, die schlafen oder die sind aktiv. Und das kommt alles dann zusammen. Und dieses berühmte Bild mit dem Fass, was dann überläuft, je stärker wir belastet sind, irgendwann kommt der Punkt, da kippt das Ganze. Und das kann von einem Tag auf den anderen kommen. Das war bei mir ja auch so. Ich hatte dann einen Fahrradunfall. Da waren so einige Verwerfungen in meinem Leben. Aber der Fahrradunfall war der Punkt, ab da war ich derartig geschwächt, dass so eine Abwärtsspirale angefangen hat. Und ich kam plötzlich mit Anfang 40 nicht mehr klar. Ich war super sportlich gerade zu dem Moment geworden. Und plötzlich kam ich mit dem kleinsten Hügel nicht mehr rauf. Also das Vergleich mit dem Fass ist wirklich gut. Der Spruch lautet, ein Tropfen kann kein Fass füllen, aber es zum Überlaufen bringen. Das Fass ist gut gefüllt und dann kommt eine Sache noch drauf und dann putsch, läuft es über. Das muss man einfach wissen. Lange Zeit geht es gut und ich kann alles und plötzlich, batsch, hängt man da. Das System dekompensiert. Und wenn es immer in das Fass reintropft und in dem Moment, wo es überläuft, dann ist es schwer, das aufzuhalten. Weil jetzt ist die Oberflächenspannung gebrochen. Wenn wir mal richtig bei diesem Bild bleiben. Und jetzt läuft es die ganze Zeit runter. Also jetzt muss ich den Sumpf wirklich erst mal trockenlegen, um da wirklich das Ganze wieder aufzuhalten. Also es ist immer natürlich viel leichter, gesund zu bleiben. Das ist heutzutage nicht leicht. Aber es ist leichter, gesund zu bleiben, als wieder gesund zu werden. Das ist schwierig und das ist manchmal auch dann nicht mehr so vollumfänglich möglich, muss man leider sagen. Ja, so ein paar praktische Tipps noch zum Ende. Bewegung und so weiter haben wir angesprochen. Die ganzen EMF-Geschichten, natürlich so wenig Expositionen wie möglich. Was man jetzt noch machen kann, ist, du hattest eben schon Hitze angesprochen, Sauna. Bin ich ein großer Freund davon. Kann man sich strahlungsarme Infrarotsauna zum Beispiel nach Hause reinstellen. Gibt es in allen möglichen Preislagen und so ist auch ein bisschen eine Investition. Aber ich habe meine jetzt auch schon seit fünf Jahren. Ich bin da fast jeden Tag drin. Also das ist eine der besten Investitionen, die ich je getätigt habe. Und dort kann man sich, also erst mal ist es schön, es ist angenehm. Wir waren gerade beim Thema Stress. Dort kann man entspannen. Man trainiert aber auch ein bisschen. Wenn man länger drin bleibt, dann wird das Herz-Kreislauf-System trainiert. Das ist so ein bisschen Sport im Sitzen. Gerade interessant für Menschen, denen es nicht so gut geht. Die haben da die Möglichkeit wirklich, weil die bräuchten eigentlich Sport. Die bräuchten Bewegung. Die müssten auch mal ins Schwitzen geraten beim Sport. Und viele Menschen können es nicht. Und in der Sauna kann ich das. Also da habe ich die Möglichkeit, wenigstens mal einmal am Tag ein bisschen zu schwitzen, ins Schwitzen zu kommen. Und auch da werden Organophosphate und so weiter ausgeschieden. Nicht so sehr die Schwermetalle, aber andere Giftstoffe werden ausgeschieden. Also es hilft bei der Entgiftung. Und es hilft einfach generell bei der Gesundheit. Man kann damit teilweise den Schlaf verbessern, wenn man es nicht zu spät macht. Und so. Also das ist ein tolles Ding. Dann gibt es natürlich Ausscheidungsmittel. Und man kann natürlich zum Umweltmediziner gehen und eine Chelatherapie zum Beispiel machen. Da kriegt man so Infusionen mit schwefelhaltigen Substanzen. Das ist in bestimmten Fällen auch wirklich nötig. Wie bei mir zum Beispiel. Ich habe davon schon einige gemacht, weil ich einfach voll war bis hier oben. Weil ich so ein schlechter Entgifter bin. Und mache es auch immer wieder mal. Und brauche es auch immer wieder mal. Wie ich jetzt vor kurzem erst mal wieder gemerkt habe, wo ich es länger nicht gemacht habe. Wo dann plötzlich merke ich, jetzt bin ich wieder voll. Und dann habe ich es zweimal gemacht. Und danach ging es mir wieder besser. Und gleichzeitig. Also das ist indiziert für Menschen. Einfach mal zum Umweltmediziner gehen. Heilpraktiker durften es nicht mehr machen. Oder Ärzte, die entsprechend sowas anbieten. Chelatherapie. Mal eine Messung machen. Urin. Also man macht einfach eine Chelatherapie. Das ist gleichzeitig die Entgiftung. Und gleichzeitig die Provokation. Also man schaut danach im Urin nach. Was kommt raus an toxischen Metallen, muss man sagen. Weil Aluminium ist zum Beispiel ein Leichtmetall. Das ist aber auch toxisch. Und dann kann man das einfach mal messen. Und dann hat man schon mal so eine gute Einschätzung. Was ist denn da im System eigentlich drin? Mit dem klinischen Befund. Wenn es jemand sehr, sehr schlecht geht. Dann muss man das immer in Verbindung setzen. Aber auf jeden Fall mal eine Analyse machen. Das kostet ein bisschen was. Sagen wir mal die Chelatherapie mit der Analyse. Sagen wir mal 300 Euro, sowas in dem Dreh. Dann habe ich aber schon mal ein paar Giftstoffe raus. Und ich weiß ungefähr mal, wo der Hammer hängt. Und dann kann ich mich damit beschäftigen, wie wichtig ist es für mich, wirklich zu entgiften. Weil vielleicht ist es ja gar nicht so das zentrale Thema. Und ich habe andere Stellschrauben, wo ich mein Geld, vielleicht soll ich einfach lieber eine Sauna kaufen, anstatt irgendwie 20 bis 40 Mal zum Umweltmediziner zu rennen. Weil jemand, der wirklich vergiftet ist, der muss da richtig investieren. Da muss man oft dahin. Leider. Ich sage ja, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, wird es schwieriger als vorher. Anderes Ding, ich habe eben von Professor Dr. Karl Hecht gesprochen, ist Zeolit. Ich habe da mit ihm auch eins zusammen entwickelt. Kann man bei mir finden. Ein gutes medizinisches Zeolit ist die einfachste Entgiftungsmethode, die es gibt. Und es ist auch die sicherste. Man nimmt einfach morgens mit einem Keramiklöffel oder einem Plastiklöffel von mir aus oder einem Holzlöffel, mischt man sich einfach ein Löffelchen davon in sein gutes, reines Wasser und trinkt es eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, bevor man Supplemente nimmt oder was isst und so weiter. Also es muss auf den nüchternen Magen genommen werden. Und das bindet, das ist ein poröses Gestein, was vorwiegend in Osteuropa abgebaut wird. Und wie gesagt, da ist die Qualität wichtig. Es gibt auch minderwertige, erst mal gibt es verschiedene Formen von Zeolit, über 100 verschiedene Formen. Es braucht eine bestimmte Form, komplizierter Name. Aber wer nennt es jetzt mal medizinisches Zeolit und das muss dann auch sauber transportiert werden und so weiter. Weil es zieht Giftstoffe an und es hat so eine poröse Struktur, die tatsächlich, wie von Gott gewollt, auf die ganzen toxischen Metalle passt. Das heißt, es hat eine gewisse Kaskade. Es ist zum Beispiel, ich habe sie jetzt gerade nicht vor Augen, aber es mag bestimmte Metalle mehr als andere. Und es mag auch Magnesium, aber es kommt an 10. Stelle oder irgendwie sowas. Das heißt, es nimmt über die Darmschleimhaut einfach die toxischen Metalle aus dem Körper raus. Jeden Tag ein kleines bisschen. Es ist jedes Tag ein kleines bisschen und wir kriegen ja jeden Tag ein kleines bisschen rein. Also es ist eine Methode, um den Darm auch sauber zu halten, denn auch die giftigen Metalle zerstören die Darmschleimhaut. Quecksilber zerstört alles, wo es mit in Berührung kommt. Einmal durchputzen pro Tag ist gut und wichtig, es eben vor der Mahlzeit zu machen, sonst beschäftigt sich das Zeolit mit dem, was in der Mahlzeit drin ist. Und das ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll. Also im nüchternen Zustand vorher hinein durchlaufen lassen und dann kann man ganz normal essen. Ja, genau. Und damit würde ich es fast schon bewenden lassen. Vermeidung von Giftstoffen. Wir brauchen Nährstoffe durch gute Supplemente, die möglichst rein sind, also wo nicht Zusatzstoffe drin sind, in guten Mischungsverhältnissen und so weiter, die durchdacht sind auf jeden Fall. Auch da könnt ihr mal bei mir schauen, aber da könnt ihr auch was anderes nehmen. Es gibt sicherlich, also es gibt bitte nicht das Billigste bei dem großen Versandhändler kaufen. Aber das ist wirklich unter aller Sau. Da habe ich auch mal einen Podcast zu gemacht, wie da wirklich gearbeitet wird in dieser Industrie. Das ist fürchterlich. Also da bitte nicht so aufs Geld schauen, sondern auf die Qualität schauen. Von mir aus auf Markenvertrauen und schauen, ist da so was wie Magnesiumsterrate drin und solche Geschichten. Ganz viele, auch große Hersteller, packen da reihenweise Füllstoffe mit rein. Weil die Kapsel wäre sonst nur zum Drittel gefüllt bei dem Wenigen, was sie da reinmachen. Und da kommen Füllstoffe rein, die mitunter sogar die Absorption verschlechtern können und so weiter. Aber trotzdem, gute Supplemente sind meiner Meinung nach wichtig. Und natürlich kann man auch in der Ernährung versuchen, dort auf nährstoffreiche Dinge zu setzen. Wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, alles was natürlich ist. Ich bin auch ein großer Freund von Leber, von Tieren aus Weidehaltung und so weiter. Eine Bombe von Vitamin, von B-Vitamin, von Vitamin A und so weiter. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich bin kein Ernährungsapostel. Aber sorgt dafür, dass ihr alle Nährstoffe habt. Auch das kann man mal testen. Auch da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber macht mal ein gutes Labor, Vollblutanalyse und schaut mal, welche Nährstoffe sind da. Und macht mal einfach ein großes Profil von Mineralstoffen, von Vitaminoiden, Vitaminen und Vitaminoiden. Und Mikronährstoffe, was das in Pflanzen, Gemüse ist, wo wir heute ja wissen, dass die epigenetisch unterwegs sind. Und in Zille braucht sie. Da gibt es heute tolle Konzentrate von 20, 30 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Entweder als Pulver oder als Saft, wie auch immer. Dann hat man eine geballte Ladung und muss sich nicht quälen, noch ein halbes Kilo Brokkoli reinzuschieben. Ich meine, ich koche jeden Tag. Das tue ich mir an, weil das gönne ich mir. Aber dennoch nehme ich diese Mikronährstoffe konzentriert in dieser Form. Weil dann habe ich sie. Muss ich mir überlegen, muss ich noch was tun, noch was tun. Dann hat der Körper diesen Basissatz zur Verfügung. Und da gibt es ja zig Studien, die zeigen, was diese einzelnen Pflanzenstoffe alles machen. So, was haben wir als Schlusswort? Also vermeiden, auffüllen. Also wir brauchen die Nährstoffe, damit wir überhaupt unsere eigene Entgiftung, die wir haben, antreiben können. Und natürlich auch für die Energieproduktion und andere Aspekte des gesunden Lebens. Dann die ganzen Verhaltensfaktoren, Schlaf, Bewegung, Ernährung und so weiter. Und dann können wir aktiv ausleiten. Da hatte ich eben am Ende zugesprochen, Schilatherapie, wenn man es professionell machen will. Und mit Zeolith zu arbeiten. Man kann auch im begrenzten Rahmen sagen, Knoblauch und Koriander und solche Sachen, Petersilie, schwefelhaltige Dinge sozusagen vermehrt konsumieren. Man kann MSM nehmen. Als eine Variante, das ist organischer Schwefel. Der ist gut für die Aktivierung der Phase 2 der Leberentgiftung. Das sind Dinge, die man machen kann, wo man sagt, ich unterstütze meinen Körper weiterhin. Und dann ist schon viel erreicht. Es ist nicht nur gut zu wissen, man muss auch wollen. Nicht nur das Wollen reicht, man muss auch tun. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. So, damit entsprechen Sie mal durch. Unkas, ganz herzlichen Dank. Und vielleicht noch einmal der Hinweis. Dein YouTube ist zwar fotsch, aber du hast ja die Podcasts. Die kann man bei dir ja finden auf der Webseite. Unten drunter wird verlinkt. Und dann kann man viele Details zu dem, was wir jetzt noch kurz angesprochen haben, kann man da dann nachhören und sich dort mit seinem Wissen vertiefen. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführung. Ich danke auch, lieber Jörg. Mach's gut. Ciao. Tschüss, tschüss. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensschild zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensünd aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres, langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal!